Ja, bei der allerersten Fashion Show standen wir auf der Treppe, die Fashion Show sollte gleich losgehen, also wirklich ein bis zwei Minuten und da kamen Stylistinnen und haben manchen Kandidatinnen die Füße eingecremt, Minuten bevor es losging und du kannst dir vorstellen, wenn du mit einem komplett eingecremten Fuß in einem High Heel sitzt, wo wirklich du vielleicht nur so zwei Bändelchen hast, der neu ist, komplett neu, ganz spitz, natürlich rutschst du dermaßen auf den Schuhen, du hast kein bisschen halt. Das ist auch mit den Mädchen passiert. Ich darf jetzt nur nicht der Show unterstellen, dass sie das bewusst und mit Absicht gemacht haben, damit wir stolpern, weil das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass sie uns die Füße eingecremt haben.